Hallo und herzlich willkommen zur geflogenen Lego-Hunterhaltung. Färbst du dir die Haare? Handschweig. Okay. Sorry, ist nicht das Thema. Ja, das ist richtig. So, wer hat das? Da, 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 da. Wir haben Lego Fighters. Du musst in die Kamera schon schauen, Tobi. Das ist Harley Quinn. Für nur der Hammer. Und zwar von Star Wars. Star Wars! Okay. Ich gucke euch mal ran. Schweinehund, die süße Teilchen. Recycling! Recycling! Oh, da hast du was weggeschaut. Oh, da war ein Lego-Teil. Gott sei Dank mal mit Heft. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, haben wir keinen. Oh, ist doch süß. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn. Aus dem Kopf. Soll er Grimmie gucken? Er kann nur Grimmie gucken. Ja. Er kann nur Grimmie gucken. Das ist ein Böser, also mit einem TIE Fighter. Diese TIE Fighter kennt man. So, jetzt kommt man. Ich schon. Jetzt können wir ja wieder kotzen durch das Thema, weil Star Wars ist ja ... Der Star Wars, sag ich ja. Der Star Wars. Star Wars. Star Wars. Star Wars. Ja, in diesem TIE Fighter sitzt entweder so ein Böser drin, oder sogar das Weder. Das sieht man auch an diesen Schlachten. Oh, Tobi. Oh mein Gott, du bist voll brutal. Kann er sich bei George Lucas begangen. Ja, genau. Der hat hier geschrieben. Ja, Luca. Er ist fertig. Der gehört aber nicht zu den Klonenmaus, oder? Nee, der gehört nicht zu den Klonenmaus. Beziehungsweise Klonkriegern. Er gehört noch zu der alten Riege. Oh, ja. Die Klonkrieger sind ja die Stormtroopers, ne? Genau. Der will nicht stehen bleiben. Der will auch in sein Raum, Chef. Los, mach ihn. Mein Gott, guck mal, wie weit er ist. Ja, das ist ein kleines Heft. 92, 97 Teile, habe ich ja gesagt. 92. 92. 92. Ach, komm. Nix, ach komm. Ist so Faktor. Marie wird schon wieder abgelenkt. Hier ist die Arbeit, Marie. Du bist Praktikantin. Du musst die Teile vorbereiten. Weg ist er. Der ist die Farbschild. Ja. Du wahrscheinlich will mal der Praktikantin aus. Ich komm wieder. Ich war. 92. Im 19. Juli. Auf einen einsamen Schluck. Ich flieg weg. Nach weg. Nach weg. Nach weg. Machst du eigentlich noch mal die Teile wieder angeguckt? Von was sagst du? Star Wars? Star Wars habe ich noch nie gesehen. Ach ja, stimmt. Wollten wir ja machen. Wollen wir ja machen. Nein, müssen wir nicht. Doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Come on. Herr der Ringe war ja noch so ein bisschen Interesse da. Aber Star Wars, ich habe angefangen mal mit Episode 1. Einfach mal aus Spaß, weil ich mir dachte, gib ihm mal eine Chance. Ja, ja. Und? Ich weiß nicht, halbe Stunde habe ich mich durchgehalten oder so. Immerhin, immerhin. Immerhin. Nein. Es ist einfach nicht. Das wird gar nicht spannend. Es ist nicht dein Thema. Nein, Kirk, finde ich super. Pikachu schon wieder nicht mehr? Pokémon! Pikachu! Ebony, Ebony! Da kommt jetzt auch ein Fett draus. Pikachu! Pikachu! Dann hast du ja wirklich Amazon. Aber das ist auch nicht meins. Pikachu! Wobei, ich finde es halt, die Idee ist cool für Fans. Pikachu! Gerade mit so einem Ball. Das kannst du sagen. Ist okay. Aber ich... Marie, die Zuschauer sehen gar nicht, wie ich das hier aussah. Doch, die sehen nur dich. Sie sehen sie gar nicht. So ein bisschen. Genau, jetzt sehen sie es. Hi. Ich bin ein kleines Pikachu. Pikachu? Pikachu! Ich bin mal gespannt, ob... Pikachu! Gerade, ob ich der Verkauf von der Switch noch weiter steigern werde. Oh, die verkauft sich momentan auch so ganz gut. Ja, das habe ich auch schon gekauft. Wenn sie schon alle Final Fantasy-Teile umsetzen, dann wird sich das wunderbar. Das muss ich gelohnt haben, ja. Den kleinen, den kleinen, den kleinen. Ich warte ja immer noch auf Roller-Coster-Tycoon. Soll angeblich auch noch kommen. Soll kommen, ja. Soll kommen. Und ein hier. Und was bei Luigi's Mansion ein bisschen doof findet, du hast den ersten Teil auf dem GameCube, den zweiten Teil auf dem 3DS und den... Ja. Das stimmt. Bitteschön. Das ist das Problem bei diesen Konsolenwechseln, ne? Ja. Hätten sie auch so schön eine übergreifende... Wir machen jetzt Luigi's Mansion 1 bis 2 Remake für die Switch und dann die 3. Ja. Nicht ein Teil vergessen. Wobei es sich ja bei den Trailer von Smash Brothers schon angekündigt hat. Ja, ja, richtig. Da haben sie ja diesen einen Charakter für Anime Cross vorgestellt, diesen Hund. Ja, ich weiß den Namen jetzt auch nicht. Melinda? Melinda, ja, richtig. Melinda! Habe ich übrigens die Special Edition gekriegt. Das ist Teil davon. Oder kriege ich noch. Ah, da. Was ich nicht wusste, ist, dass es auch eine exklusive Special Edition gab, aber das war dann... Ja, bei Crossing gab es auch so eine Special Edition, ja. Übrigens auch von Undertale. Echt? Musste ich mir in Amerika bestellen. Aha. Aber für 70 Euro mit Versand ist okay. Das ist okay. Die musst du noch haben. Komm, nehm sie doch. Ja, die. Ja, hab ich doch hier gleich. Aber du musst erstmal dieses Kleine auch nehmen. Ja, das Kleine muss ich auch nehmen. Und jetzt komm erst die. Das ist Janos. Das ist unser Fett ist drauf. Die sind doch nicht fett? Doch, das ist Speck. Ach, come on. Das ist unser kleiner Bobsee. Janos. Der ärgert ihn immer. Der dreht ihn immer. Ich sag, lass es. Nein, nicht die, sag ja. Die nur. Katzen haben immer ihren Grund für irgendwas. Auch wenn sie nur Lust dazu haben, machen sie es. Eine Pistole. Ja, genau. Die brauchen wir auch, wenn sie abstürzen. Eins, zwei. Und nochmal diese Zweiter. So, wunderbar. Aber aufgrund dieser Twitch-Geschichte werde ich Amazon Prime dann wohl doch mal machen. Ja, weil? Weil es Vorteile bezüglich Twitch hat. Twitch gehört ja zu Amazon. Aha, okay. Einmal sowas. Krieg ich das nicht mit. Wie, du arbeitest da und kriegst nix mehr. Genau. So viel zum Thema, du arbeitest nur. Nur arm. Aber ich hab nicht geredet, dass er gespendet hat. Ja? Seine zwei Milliarden. An wen hat er gespendet? Guck mal, wie das aussieht. Bitte? Und wer hat denn da was wohin gespendet? Die haben gespendet. Der Chef Bezos hat zwei Milliarden von seinen ... Zwei Milliarden? Ja, gespendet. Aber wen? So eine soziale Einrichtung. Aha. Das hab ich wiederum nie gemacht. Eins. Zwei. Das wurde ja bei uns natürlich als Verzest dann ... ... bekannt gegeben auch, ne? Da brauchen wir zwei und davon brauchen wir zwei, Tobi. Ja, einmal hab ich ja schon. Wir machen hier voll die Werbesendung. Ja, machen wir doch immer. Ja. Ja. Das kennt ihr doch schon. Nur werden wir dafür nicht bezahlen. Weil ich bin ein Geschiss. Wir machen's aber gerne. Wir geben gerne Tipps, Tricks. Ja, das sowieso. Reden über alles. So. Davon zwei Stück. Moment. Das kann man was anders rum zeigen. Wie ist das? So rum. Entschuldigt die Nebengeräusche hier. Ist doch ein Familienhaushalt. Kann man nichts machen. Ja. Sechs-Personen-Haushalt halt so. Dafür ist es noch ruhig. Ja, stimmt. Hier wohnen ja nur alte Leute. Gut, dass du nicht so alt bist, wa? Die Jungs, ja. Im ganzen Haus? Im ganzen Haus, oder? Ja. Im ganzen Haus. Eine, die ist über uns, die hat... Siehst du, die ist da? Hast du den ganz großen Balkon gesehen? Vorhin schon. Und das ist halt dann auch das Haus von denen. Die über uns rum. Sind Polen. Sind eigentlich auch nett. Eigentlich? Die sind nett. Die sind sehr nett. So, jetzt muss ich das zweimal bauen. Noch mal zurückglättern. Die brauchtest du doch auch. Ja, ich muss das noch mal bauen. Er kann's nicht lassen. Statt dass er sich's merkt, nein. Nein, ich merke mir nichts. Er kann's wieder nicht. Was gehört bei uns dazu? Das schlimmste war das echt beim Millennium Falken, wo wir da gesessen haben und nicht wussten, wo gehört das denn hin? Das passt doch so gar nicht. Ja, weil ich hab's jetzt hingekriegt. Da haben wir bestimmt irgendwas falsch gemacht damit. Ja, ich hab mich auch gefragt, warum geht das denn jetzt? Ja, manche Sachen waren echt merkwürdig und dann irgendwie nur mit Zug und mit Spanne und irgendwie war das nicht so. Und dann auf einmal klappt das. Dann auf einmal klappt das. Bitteschön. Das kommt jetzt hier an den Seiten. Tak, damit der auch fliegen kann, ne? Und los. Sehr schön sieht der aus, finde ich. Ach was. So, die kommen hier vor. Ja, das geht nichts ins Auge. Ja, weil er so ein Geschoss hat hier unten auch, ne? Oder was ist das? Ja, die kannst du rausschießen, ne? Ja, deswegen. Ach komm mal, ja. So, du und ich. So, und dann kommt der hier. Hast du noch eine Waffe? Ja, zwei sogar. Eine brauche, ja. Der sitzt im Teilfalter. Der sitzt im Teilfalter. Der sitzt im Teilfalter. Der ist immer so halt die Rechte schon. Oh, cool. Sehr hübsch ist der. Ja, und jetzt bauen wir den Falten. Yeah. Wir haben nicht nur den Teilfalter als Mikrofalter, sondern auch ... Wir brauchen den Milienfalken. Den Milienfalken. Den Milienfalken. Als hätten wir nicht schon eine große. Ich mache es nicht zusammen. Ich mache es so richtig, mit der Sohn zusammen. Tobi, jetzt machst du es selber kaputt. Tja, kein gutes Vorfall. So geht das nur. Wieder 97 Teile und so ein paar ... 97 Teile, ne? Ja. Aber keine 7 kommen von 41. Ja. Wir tun so eine kleine. Was soll das? Oh mein Gott, 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 oh mein Gott! Wer kann alles essen? Chewbacca. Idel, ist Pizza-mom. Chewbacca. Pizza-mom. Chewbacca. Pizza-mom. Chewbacca. Pizza-mom. Ja, Chewbacca. Gar nicht. Womit? Hier gibt's keine Pistolen. So, Thorsten. Was denn? Seh mal zu. Komm, 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 komm. Bitte schön. Ja, Sekunde. Da. Ich finde ja de facto gar nicht mehr Larm. Warum nicht? Da sind deine zwei Sachen schon. So. Ach so. Muss ja auch. Die Geschichte von Millennium Falken hatte ich ja schon mal so kurz angerissen, ne? Ja. Versucht zu erzählen. Nach dem Flop von Han Solo gibt's jetzt keine weiteren Spin-offs. Ja, genau. So was, oder? Habe ich auch mitgekriegt. Ja, so was. So was. Das passt gut. Prima. Perfekt. Aber ist auch gut, dass die Fangemeinde da nicht dieses Kühlmerken unterstützt. Blau hier mit ... Wenn die Filme nicht gut sind, sind sie nicht gut. Hä? Da ist ein Engang. Ja, die sind ja auch raus, ne? Ja, Toy Story 4, sag ich mal. Aber da ist die Anlieferes-Blocken. Ja, genau. Muss man nicht haben. Davon noch zwei blauen eins. Den habe ich schon. Ach so, da kommen noch mal zwei. Ja. Alles klar. Ähm, da kommen auch noch zwei ... Hier und zwei flache. Genau. Ja. Ja. Habe ich da. Eins. Ja, jetzt ist die Züge. Wenn der immer wieder Große so schnell gegengegangen wäre, ne? So, ein paar Handgriffe. Fertig. Wir können das Video jetzt strecken, auf dieselbe Zeit. Ja. So wie das Faultier in dem Film, ne? Ja, voll. Ja. Ja. Das ist voll witzig. Äh, ja. Nächste Seite. Davon? Hä? Ich komm, jetzt komm. Davon eins. Eins. Graue. Ja, da wacke ich das mit drauf. So, da. Ja. Das. Also durchsicht wieder. Oh, eigentlich. Wann brauche ich den Flügel noch? Äh, eins dunkel. Ja. Und das hier einmal. Genau. Oh, das ist neu, das Lego-Teil. Das gab's noch nicht. Mhm. Welches? Das hier. Oh nein, Mick, Janosch. Ach so. Janosch. Nein. Neu. Äh, wo kommt das hin? Da war ich jetzt ein bisschen... Ah ja, dahinter. Alles klar. Okay, kannst du einmal machen. Äh, das war schon die Seite die nächste. Ja, das brauche ich nur zweimal, ne? Oder spiegelverkehrt zumindest nochmal. Ja. Ja, so ist das. So ein kleines, so ein kleines. Da. Da. Ja. Ja. Oh mein Gott. Nächste Seite. Äh, okay, jetzt suche ich mal langer. Hm? Stimmt. Ja, das ist so toll. Einmal noch so ein... Das sieht gut aus. So eins und noch so ein... Das ist die richtige Farbe, ne? Ja. Ja, doch. Passt. Ja, das wird durchgefangen. Ähm... So ein Durchsichtiges. So ein Durchsichtiges. So ein Durchsichtiges. Und noch dieses Teil da. Wo könnte es... Ist das das meine? Ja, genau. Ja, genau. Gerne. Noch eins so ein großes. Genau. Ja, das ist klar. Ja, das ist klar. Ja, das ist klar. Ja, das ist die andere Seite spiegelverkehrter als Fedrasten sagte. Ja. Ja. So, davon brauche ich noch mal eins. Mhm. Das ist wieder schon so ein großes... Und noch davon. Na, warte, warte, warte. Ich brauche noch mal so eine Platte. Und davon zwei, vier von eins und... Diese Platte wollen. Achso, die wollen noch gar nicht. Alles klar. Okay. Ich dachte, oh. Kommt die denn da rauf oder da? Okay. Ich verstehe noch gar nichts. Achso, der Blut kommt in der Mitte. Der Schmerz kommt in der Mitte. Oh, das riecht aber gut. Okay, jetzt kannst du. Im Hintergrund wird gerucht, müsst ihr wissen. Oh, ja. Riecht nach Nudelsitzung oder so. Mhm. Einmal das hier. Dann das hier. Und eins mal so ein Grau. Dann mal das hier. So eins, oder? Nee. Nee, die andere. Nee, die andere. Ja. 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 Dann kommt hier dieses Braune. Ja, warte. Wir sind erst mal hier, wir sind erst mal hier. Ja, das kommt bei den Schwarzen davor. Ja, ja. Guck mal, diese durchsichtigen sollen diese Rohren sein, die wir hier hinten gebaut haben. Ist halt alles ein bisschen kleiner. Die sind komprimiert, ja. Ist auch ein Mikro weiter, ne? Komprimierung eins zu hundert. Ja, so ungefähr. So kommt es dann vor. Da fehlt noch einer, genau. Nee, den habe ich schon. So einer fehlt noch, so ein zweier. Achso. Ähm. Ja. Nee, eins weiter nach vorne, oder? Kann ich gar nicht. Doch, doch, doch. Das geht, das geht. Achso, meinst du das? Ja. Muss ja auch überlappen, so hin. Ah ja. Ein bisschen weiter zurück, weil ... Du musst auch überlappen. Ja. Oder? Okay. Ja. Bei 92 Teilen hat er schon Schwierigkeiten. Nee, nee, weil hier diese Ecke, die ist ja nicht. Mach du mal. Das ist ja grad nicht ganz klar, wie das andersrum. Oder? Nein. Ja. Geht mal. Siehst du das von da? Ja, natürlich. 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 Natürlich, ja. So. Nicht doch so, wie ich es hatte. Ja. Ja, nochmal so hier. Das sieht man gar nicht auf dem Bild, das ist komisch. Ja, das sieht man. So. 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 Einmal das hier. Ja. Niemand darf mit suchen, nicht? Mhm. Ja. 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 Warte mal in der Kette. Wo kommt die denn hin? Ah, nicht so schnell. Okay, gut. Noch ein graues. Findest du es mit mir? Ja. Okay. Wir sind schon seit 23 bis 20 Jahren. Ja, das ist nur so eine kleine Anlage. Äh, ja. Und dieses hier. So einen großen Ticken brauchen wir dann halt noch. Okay. Lass uns das mal festmachen. Genau. Oh. Oh. Guck mal, das Innenleben ist auch ziemlich süß. Aber ich befürchte... Doch, der guckt... Der steht über, ne? Tatsächlich. Alles klar. Da von zwei. Der steht über, ja. Und da von eins. Marie? Ja, das ist... Wir sind erst mal auf die Seite, Tobi. Weil sonst verwöhlt man sich. Okay. Okay. Soll. Ähm... Achtung. Okay. Da von eins. Warte. So. Was ist denn das? Oder ist das so ein Einer? Ja, das ist ein Einer. Ein Einer. Okay, dann gehen wir den Einer. Den Einer brauchen wir. Den anderen, den anderen brauchen wir. Den hier. Wo kommt der hin? Ach, da. Dere Seite. Dere Seite. Große Plattform. Große Plattform. Ja, der Deckel. Der Deckel. Der Deckel. Das Dach. Oh, verdammt. Guck mal, wie süß der aussieht. Na ja. Selbst der Kleine geht auseinander. Wie ist der Großer? Ja, das ist wie sein Bruder, ja. So, können wir jetzt weiter machen? Vier davon. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Vier. Vier. Die kommen wahrscheinlich noch außen an. Daran gehen wir so an. Außen, ja. Außen geht das aus. Also durchsichtig. Und einfach den hier. Da ist noch einer. Ach so, hinten so zusammen und vorne aufeinander. Alles klar. Na komm schon rein. So. Da. Ja, hier brauche ich gleich. So, jetzt schauen wir's. Bleib ruhig, Marie. Lass dir in Ruhe waren. Guck mal, wie süß das Cockpit auch raus sieht. Voll winzig. Mikro. Guck mal, das sagt ja immer mehr schon. Oh, das kann ich jetzt wieder rum. Der kommt hier drauf. Und der kommt hier vorne dran. Ach so. Vorne dran, ja, das ist Cockpit halt. Alles klar. Okay. Andere Seite, bitte. Drei von denen. Eins. Drei. Tobi. Tobi, Tobi, Tobi. Tobi. Wir haben schon. Hier. Wir haben schon drei, Tobi. Davon vier Stück. Habe ich da. Ui, wo kommt die denn da? Die. Ah, jetzt. So wie du es unten gemacht hast. Genau, quasi. Und oben aus dem anderen. Okay. Ich komme schon wieder auf den Kirin. Eins. Zwei. Oder auf den zwei. Eins. So eins. Wir brauchen nicht mehr die. Tobi. Wir brauchen die nicht mehr. Oh, seht doch da. Ja, die. Zeig mal her. Auf. Auf diese. Und dann kommen halt die. Die kommen da rein, ne? Die sind schon auf Seite 33. Bastelig. Seite 33 von dem anderen Falken war immer noch vorgeblinkert. Ja, da war immer noch Grundgerüst. Ja, wahrscheinlich die hat die ersten fünf Standen zusammengebaut. So. Okay, lass mal gucken. Das sind die Kanonen, oder was? Ja. Die Waldkanonen von oben. Ja. Darf ich weiter umblättern? Und hiervon? Bitte schön. Das kommt dahinten. Und davon brauchen wir eins. Davon brauchen wir eins. Und davon brauchen wir eins. Bitte schön. Ja. Möchtest du gucken? Nee, du musst... Ach so, das... Du musst erst mal das... Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwie muss ich das zusammenbauen, ne? Du musst erst das Fenster erst zusammenbauen. Als erstes kommt noch das hier, oder? Ich unleg grad... Ja. Als erstes kommt das und dann kommt das drauf. Ja, genau. So? Dann wird's hingelegt. Anders. Das ist dann die Antenne wahrscheinlich. Ja, denke ich auch. Ist die im Original nicht auf der anderen Seite? Äh, nein. 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 Weiter zur Termin. Ja, nochmal kurz gucken. Ist das richtig? Okay. Ja, jetzt kann es sein. Äh... Eins hiervon und zwei schwarze. Habe ich schon. Habe ich schon. Ich hab schon. Ich hab schon. Ich hab schon. Okay, Peter davon. Mal kurz gucken, wo die hinkommen. Kommt dahin. Der kommt dahin. Der kommt dahin. Wir sind gleich fertig. Der kommt dahin. Gegenüber kommt keiner. Okay. Achso, die werden übereinander gesteckt. Aber... Ne. Vier Stück. Ich hab nur zwei. Zwei bleiben da liegen irgendwie. Ja. Ja. Ja, zwei bleiben liegen. Komischerweise. Warum hat man dann vier? Warum? Ja, noch den Chewbacca da draufsetzen. Ja. Ja. Der Chewbacca ist so groß wie das Ding in sich. Ja, aber echt. Tum. Tum. Fertig. Reste kommt. Ach, was hätte man sich Zeit sparen können. Aber echt. Die sind so süß. Drei Tage versus 10. Ja, voll dabei. Und das waren zwei Sets. Ja, gut. Insgesamt 26. Tum. 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 Wir haben noch einen. Ja, vielleicht kommt mal wieder ein großes oder irgendwas. Ja. Ha ha. Auf Widersehen. Vorsicht Katze. Oke, Tschüss! Tschüss. Das war ein Aktiv in dem Sinne. Tja. Tja. Jee.